Hallo, das ist ein kleines Infovideo von mir, TheCatsBumia. Und zwar, da ich ja jetzt nicht so viele Videos gemacht habe. Das würde ich noch ändern. Ich verspreche euch, dass ich mehr Videos hochladen werde, wenn ich mehr Zeug habe. Also, es wird noch was kommen, versprochen. Und ja, mehr wollte ich eigentlich nicht sagen. Es ist einfach nur ein kleines Video. Und ich hoffe, euch gefällt es trotzdem, dass ich euch die Info gebe. Schreibt es einfach in die Kommentare oder eine PN. Und dann, das war es dann eigentlich. Und ciao, bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder ein Infovideo oder so mache.